Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Es gibt ein Thema, mit dem ich mich als Prepper sehr ungern auseinandersetze und das ist die Sicherheit meines Hauses im Zuge von schweren Krisen- oder Ausnahmezuständen. Trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, sich als Prepper darüber Gedanken zu machen. Und das machen wir heute. Mehr dazu nach dem Intro. Ich möchte auch gleich darauf hinweisen, dass das kein Expertenvideo wird, wie man sein Haus am besten schützt. Also ich bin kein Experte für Haussicherheit, sondern ihr seht hier nur meine privaten Bemühungen, wie ich mein Haus vielleicht ein wenig sicherer machen kann und welche Gedanken ich in Bezug auf den Schutz meines Hauses bei großen Krisen habe. Nicht mehr und nicht weniger. Also wenn ihr wirklich Experten-Tipps haben wollt, dann seid ihr vielleicht bei mir falsch. Aber ihr könnt euch definitiv Anregungen holen und einfach, wenn es euch interessiert, was ich so mache, dann ist das Video definitiv geeignet. Mir ist bewusst, dass ich in meinen Videos auf meinem Kanal häufig von Bugout und Flucht spreche. Und dazu stehe ich auch, dass das für mich eine Option ist, falls es zu einer großen Krise an meinem Wohnort kommen würde, dass ich vielleicht mein Haus verlassen muss und damit mein Leben rette. Also das bleibt für mich immer eine Option, auch wenn es sicher nicht die erste ist. Das heißt aber nicht, dass ich mir in Bezug auf die Sicherheit meines Hauses in schweren Krisen oder auch bereits jetzt im Vorfeld keine Gedanken machen würde. Also ich denke über diese Sachen sehr wohl nach und ich bin auch schon oft von Leuten angesprochen worden, in den Kommentaren meiner Videos oder auch per E-Mail oder generell durch Fragen auf anderen Plattformen, ob ich mir da Gedanken mache und was ich in Bezug auf die Sicherheit meines Hauses so veranstalte. Und da gibt es doch einige Dinge. Zu Beginn möchte ich aber gleich mal festlegen, dass ich nicht nur an schwere Krisen denke bei der Sicherheit meines Hauses. Also ich denke auch, dass ich so eine gewisse Verantwortung habe für mein Wohnhaus und auch da kann man einige Maßnahmen treffen, die schon vor der Krise nützlich sein können, aber dann auch in einer Krise vielleicht helfen. Ich denke da in erster Linie gleich mal an Feuer. Wenn in meinem Haus Feuer ausbrechen würde, dann hätte ich ein großes Problem. Ich müsste die Feuerwehr rufen und die würden dann versuchen, diesen Brand zu löschen. In einer großen Krise habe ich diese Möglichkeit, die Feuerwehr zu rufen, vielleicht gar nicht mehr. Dann bin ich selbst dafür verantwortlich, den Brand zu löschen. Und ich habe in meinem Haus hier zwei Möglichkeiten für mich gefunden oder mir ausgesucht, die ich nutze und die ich auch für sinnvoll halte. Zum Ersten verwende ich hier batteriebetriebene Rauchmelder. Diese schlagen Alarm, sobald in meinem Haus eine Rauchentwicklung irgendwo entsteht durch einen Brand. Und ich bin sicher, dass das eine sinnvolle Sache ist. Und vor allem bei uns sind diese Rauchmelder bei Neubauten mittlerweile sogar gesetzlich verpflichtend. Also wenn man bei uns ein neues Haus baut, muss man auch solche Rauchmelder installieren. Ich habe die in meinem Haus nachträglich installiert und mir war auch wichtig, dass die mit Batterien funktionieren. Somit habe ich vielleicht auch bei einem großen Blackout oder in einer Krise dann immer noch die Garantie, dass diese kleinen Dinger Alarm schlagen, wenn es bei mir zu einem Brand und zu einer Rauchentwicklung kommt. Also so etwas wäre eine ganz einfache Maßnahme, damit man vor Brand oder vor Feuer im Haus gewarnt wird. Und das kann vor einer Krise nützlich sein, aber genauso in einer Krise, wenn ich diese Warnung bekomme. Als zweites habe ich dann noch Feuerlöscher im Haus und auch die sind, glaube ich, bei uns sogar verpflichtend. Ist mir jetzt auch egal. Ich habe zwei Feuerlöscher bei mir im Haus. Einer davon steht bei mir im Stiegenhaus, damit ich ihn auch von mehreren Stockwerken gut erreichen kann. Und der zweite steht im Heizraum, also dort, wo wirklich auch große Gefahr besteht, dass mein Haus Feuer fangen könnte. Eine weitere Problematik, an die ich denke, sind Einbrüche. Und auch da denke ich jetzt nicht sofort an Krisen, sondern bei uns passieren auch so in der Gegend hin und wieder Einbrüche. Gott sei Dank sehr selten, aber man könnte nicht sagen, dass das bei uns gar nicht passiert. Sogar auf dem Land wird bei uns hin und wieder in Häuser eingebrochen. Und in dem Ort, wo ich vorher, bevor ich dieses Haus gehabt habe, gewohnt habe, gab es sogar mal einen Einbruch. Ein paar Häuser weiter und das um 4 Uhr nachmittags, irgendwann am Samstag. Also auch da gibt es immer wieder die Probleme, dass irgendwo Leute einbrechen bei uns. In diesem Bereich habe ich mir auch zwei Dinge überlegt. Das erste ist Licht. Einbrecher kann man doch ganz gut mit großen Leuchten oder viel Licht abschrecken. Jetzt sicher keine Profis, aber den Haushof- und Wieseneinbrecher oder den Gelegenheitstieb kann man mit einer grellen Lampe vor dem Eingang des Hauses doch etwas abschrecken, denke ich. Und ich habe zu diesem Zweck auch zwei solcher Lampen montiert an beiden Standorten, wo es bei mir zu Einbrüchen kommen könnte. Also mein Haus ist nicht so leicht zugänglich, Gott sei Dank. Das möchte ich euch aber nicht im Detail zeigen. Und dort, wo es zugänglich wäre, arbeite ich schon mit Licht. Also hier habe ich diese Lampen eben montiert, die sehr grell sind und die haben auch Bewegungsmelder drauf. Und somit würde, wenn sich hier ein Einbrecher nähert, auch gleich die Lampe angehen und den Einbrecher hoffentlich verschrecken. Eine weitere technische Möglichkeit, die ich bei mir im Haus nutze, ist ein Überwachungssystem mit Kameras. Und bevor ihr jetzt gleich denkt, oh mein Gott, der Mann ist paranoid, lasst mich kurz erklären, wie ich auf so ein System gekommen bin oder diese Thematik überhaupt gekommen bin. Ich habe ja schon mal in einigen Videos erwähnt, dass ich früher Computer oder generell Technik verkauft habe. Und da sind die Leute immer wieder auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht auch in Richtung Überwachungskameras etwas verkaufen könnte. Dazu musste ich mich natürlich mit der Materie beschäftigen und habe auch selbst solche Systeme ausprobieren müssen. Und das habe ich einfach bei mir zu Hause gleich an meinem eigenen Haus gemacht. Damit ich mich da auskenne, habe ich verschiedene Dinge probiert, also IP-Kameras, die mit einem Netzwerkspeicher funktionieren oder Recorder mit Kameras, aber auch Webcams, die direkt mit dem PC verbunden waren und so weiter. Ich bin jetzt für mein Haus auf ein System gekommen, das ich aus China gekauft habe. Für mich müssen diese Sachen jetzt nicht zwangsläufig teuer sein. Mein System funktioniert auch relativ gut. Es geht hier um vier Kameras und einen Festplattenrekorder. Wenn meine Kameras eine Bewegung wahrnehmen, dann wird das aufgezeichnet auf der Festplatte und ich bekomme auch zeitgleich eine E-Mail mit einem Standbild zugeschickt. Und das ist durchaus eine praktische Sache. Also nicht jetzt nur in Bezug auf Einbrecher, sondern ich habe einfach eine Kontrolle darüber, wer zu meinem Haus kommt, während ich zum Beispiel in der Arbeit bin und niemand zu Hause ist. Also wenn die Post zum Beispiel kommt und irgendwo ein Paket hinterlegt, dann habe ich meistens ein Standbild davon, wo dieses Paket dann untergebracht wurde. Und das kann zum Teil sehr nützlich sein. Es geht bei mir auch darum, mein Haustier etwas kontrollieren zu können. Also unseren Kater, den sehe ich dann auch immer wieder auf diesen Aufnahmen und sehe einfach, dass er zu Hause ist und dass alles in Ordnung ist. Und manchmal schaue ich sogar, welches Wetter gerade bei mir zu Hause herrscht. Und das ist doch eine praktische Sache und man gewöhnt sich auch daran. Das System, das ich gekauft habe, hat knapp 220 Euro gekostet, glaube ich, und funktioniert wirklich gut. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Die Einrichterei und die Konfiguration ist eine etwas schwierigere Sache, aber da ich mich hier relativ gut auskenne, war das für mich nicht so problematisch. Also Kameras halte ich grundsätzlich auch für eine gute Möglichkeit, sich gegen Einbrecher zu schützen. Das ist auch erwiesen, dass sich normale Einbrecher, also wirklich Gelegenheitsdiebe oder Leute, die eben irgendwo eindringen wollen und nicht unbedingt Profis sind, sich von Kameras auch abschrecken lassen. Einen Profi wird man mit einer Überwachungskamera oder vielleicht sogar mit einer Attrappe einer Kamera wahrscheinlich nicht davon abhalten können, in das Haus einzudringen. Aber ich habe jetzt dieses System bei mir installiert und es funktioniert und warum soll ich das nicht nutzen? Mir fällt jetzt noch kurzfristig ein System ein, mit dem man sich vor Einbrechern auch warnen lassen könnte und das wären Tiere. Ich habe in meinem Haus nur ein Tier und das ist unser Kater Quastl. Er wird sich wahrscheinlich von einem Einbrecher nicht wirklich fürchten, weil er sehr zutraulich ist und er ist auch nicht dazu abgerichtet, Einbrecher zu vertreiben. Er würde sich wahrscheinlich eher streichen lassen, also das wird für mich keinen wirklichen Nutzen haben, wenn ich eine Katze im Haus habe. Aber ich habe den Vorteil, dass mein Nachbar nicht nur Hunde hat, sondern auch Gänse und Enten, beziehungsweise haben wir auch andere Nachbarn, die noch Hühner haben. Also auch wenn ich selbst jetzt in meinem Haus keine Tiere halte, habe ich trotzdem dieses Warnsystem, weil auch diese Tiere des Nachbarn oder der Nachbarn dann Alarm schlagen würden, wenn sich irgendjemand nähert. Und das kann ich auch wirklich belegen, dass das so ist. Also man hört oft die Hunde bellen. Wir haben, der Nachbar hat zum Beispiel bei uns Hawaii-Gänse. Das sind doch recht aggressive Tiere, die auch ihr Revier verteidigen. Und wenn sich hier irgendjemand nähert, geben sie mit gewissen Lauten auch Alarm. Sollten sich die Einbrecher durch Licht und Kameras nicht abschrecken lassen, gibt es dann noch weitere Möglichkeiten, ihnen das Einbrechen oder das Eindringen ins Haus schwerer zu machen. Und dazu gehören auch gute Schließmechanismen bei Fenster und Türen. Ich denke, dass das mein, also der Erbauer meines Hauses ganz gut gelöst hat. Und wir haben doch relativ stabile Fenster und Türen, auch mit sehr guten Schließmechanismen. Also hier habe ich vorerst noch nicht vor, dass ich etwas ändere. Wir haben schon mal darüber gesprochen, unsere Haustüre zu erneuern. Und wenn ich das mache, dann würde ich mit Sicherheit eine Sicherheitstür wählen, mit wirklich guten Schließmechanismen. Was wir bei unserer Haustüre noch montiert haben, sind ein paar zusätzliche Dinge, die ich jetzt nicht nennen möchte. Aber es gibt da auch Möglichkeiten, außerhalb der Schließmechanismen noch zusätzliche Verriegelungen anzubringen. Und so etwas habe ich auch bei meiner Haustüre montiert. Es gibt noch einen Punkt, der mir vor allem bei anderen Häusern zum Teil negativ auffällt. Und das wäre, dass man den Einbrechern keine Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Das klingt jetzt komisch, aber ich kenne einige Häuser, wo große Leitern zum Beispiel direkt an der Hausmauer montiert sind. Also wenn hier ein Einbrecher kommt und sich denkt, ich möchte oben in den ersten Stock, dann wird er sich denken, hey praktisch, da ist bereits die Aufstiegshilfe, die ich benötige und die ich in meinem Auto nicht mit habe. Oder irgendwelche Werkzeuge. Wenn man zum Beispiel Äxte oder Sägen oder was auch immer irgendwo runter um das Haus liegen lassen würde, dann würden das wahrscheinlich Einbrecher auch für sich nützen. Das wäre so, als würde ich vielleicht gleich eine Brechstange vor meine Haustüre legen. Also quasi als Einladung, du kannst gleich mein Werkzeug benutzen, damit du mein Haus ausräumen kannst. Also so etwas verstehe ich zum Teil bei den Häusern, die ich hin und wieder so sehe, nicht. Dass wirklich den Leuten, also den Einbrechern, dann Hilfeleistung gegeben wird, indem einfach irgendwelche Hilfsmittel herumliegen oder sogar wirklich zum Teil am Haus angebracht sind. An meinem Haus, denke ich, wird man nicht wirklich Dinge finden, die ein Einbrecher nutzen könnte, damit er es leichter hat, in mein Haus einzudringen. Und das ist auch gut so. Auch wenn es nicht angenehm ist für mich, möchte ich jetzt trotzdem noch darüber sprechen, was ich mir für mein Haus überlegt habe, wenn es wirklich zu einer großen Krise kommt. Und ich mein Haus gegen menschliche Bedrohung hauptsächlich, nehme ich an, schützen müsste. Meine Möglichkeiten sind hier doch sehr begrenzt und ich habe nicht wirklich große Ideen, was ich hier umsetzen würde. Aber gehen wir mal von den Dingen aus, die ich bis jetzt genannt habe. Einige der Sachen werden für mich auch in einer großen Krise nützlich sein und andere könnten eventuell kontraproduktiv sein. Meine Kameras und mein Licht vor der Haustür sind sicher eine gute Sache, aber bei einem großen Blackout werden beide Dinge nutzlos werden, weil ich keinen Strom mehr habe. Bisher habe ich noch kein Notstromaggregat, also ich kann diese Lampen und die Kameras auch nicht weiter versorgen, beziehungsweise ohne Internet wird das dann sowieso eine schwierige Sache. Und bei den Lampen ist es so, dass in einer großen Krise das wahrscheinlich eher Probleme bereiten wird, weil andere Leute oder Plünderer dann sehen, okay, da brennt Licht, da gibt es jemanden, da ist etwas zu holen. Also in einer großen Krise wäre wahrscheinlich das erste, das ich deaktivieren würde, meine Lampen vor den Eingangstüren. Ich würde dann auch noch weitergehen und auch bei Licht im Haus aufpassen. Ich würde Licht nur dann verwenden, wenn es wirklich notwendig ist oder vielleicht nur in Räumen, wo ich keine Fenster habe oder vielleicht im Keller oder sonst irgendwo. Da würde ich mit Licht hantieren. Sollte die Krise wirklich lange dauern oder wirklich große Ausmaße annehmen, dann hätte ich noch vor, meine Türen und Fenster zu verschlagen mit OSB-Platten. Das sind diese gepressten Holzplatten, die relativ stabil sind, doch aber auch leicht und vor allem einfach zu montieren. Ich denke, dass das eine gute Möglichkeit wäre, sein Haus vor Plünderern oder generell Eindringlingen zu schützen, weil man diese Holzplatten auch mit einer Axt oder anderen schweren Gegenständen nur wirklich schwer kaputt kriegt. Und wenn ich so etwas vor mein Fenster montiere, dann sind meine Fenster auch geschützt. Es geht für mich dabei auch darum, dass ich das Glas meiner Fenster und Türen schütze, weil das ein Angriffspunkt für Leute sein kann. Daher wäre das Verschlagen von Fenstern und Türen für mich eine wichtige Sache. Was für mich in einer großen Krise auch noch eine wichtige Taktik wäre, ist, dass ich dafür sorgen würde, dass mein Haus so aussieht, als wäre nichts zu holen. Generell würde ich zum Beispiel Holz nie vor dem Haus stapeln oder irgendwelche Wasserfässer oder auch vielleicht sogar irgendwo Nahrung oder den Garten oder ein Hochbeet oder irgendetwas so beim Haus anbringen, dass das von der Straße aus oder von überall aus gesehen werden kann. Ich würde meine Ressourcen so weit es geht verdecken, also dafür sorgen, dass die Leute einfach nicht sofort sehen, hey, da gibt es Brennholz, da gibt es Nahrung, da gibt es Wasser. Diesen Eindruck möchte ich bei meinem Haus nicht erwecken und das halte ich schon auch für eine gute Schutzmaßnahme, damit ich mein Haus eben in Krisen vor möglichen Plünderern oder Leuten, die eben Sachen brauchen und haben wollen, schützen kann. Wahrscheinlich werden jetzt viele da draußen warten, dass ich Möglichkeiten nenne, wie ich mein Haus gewaltsam gegen andere Menschen, also Plünderer oder Einbrecher, verteidigen kann im Falle des Falles oder in einer großen Krise. Ich muss euch da aber ein wenig enttäuschen, ich werde das nur sehr grundsätzlich behandeln, weil für mich trotzdem in einer großen Krise auch das oberste Ziel wäre, keinem anderen Menschen Leid zuzufügen oder jemanden zu verletzen oder gar zu töten. Ich möchte das nicht und ich werde alles versuchen, dass es so weit niemals kommen wird. Wenn mein Haus allerdings so bedroht wird, dass ich nicht nur sachliche Dinge in Gefahr sehe, sondern mein Leben in Gefahr ist oder das Leben meiner Angehörigen, dann bin ich absolut dazu bereit, auch Gewalt einzusetzen, um mich oder meine Dinge zu verteidigen. Das ist und bleibt trotzdem ein sehr schwieriges Thema für mich und ich bin mir auch sicher, wenn ich einer großen Gruppe gegenüberstehen würde, also wirklich vielen Leuten, die mein Haus überfallen oder eine große Gruppe, die eindringen möchte, dann bin ich dennoch der Meinung, dass ein Rückzug die klügere Wahl ist als das Risiko einzugehen, in einem Kampf zu sterben oder verletzt zu werden. Viele Leute glauben, dass ein Kampf nur problematisch ist, wenn es in Bezug auf den eigenen Tod geht, also dass man bei einer Auseinandersetzung vielleicht sterben könnte. Aber denkt mal daran, wenn ihr nur verletzt seid. Wenn ihr schwer verletzt seid, dann habt ihr bereits da Probleme und eine Verletzung in einem Kampf ganz auszuschließen, halte ich für eine unmögliche Sache. Also wenn, dann würde ich versuchen, Leute, die mein Haus angreifen, auf Distanz zu halten, mit welchen Mitteln auch immer. Aber wenn sie wirklich zu nahe kommen oder tatsächlich vor der Tür stehen und Gewalt anwenden, dann wird eine Flucht immer in meinem Hinterkopf bleiben und das ist vielleicht fallweise auch die schlauere Wahl. Zu guter Letzt wäre für mich eine Fluchtmöglichkeit aus meinem Haus noch eine wichtige Sache in einer großen Krise. Also wenn tatsächlich irgendwelche Leute bei mir vor der Tür stehen würden und ich bereits meine Fenster und Türen mit Holz verschlagen habe, dann muss ich mir trotzdem irgendwo eine Möglichkeit offen lassen, aus dem Haus zu kommen. Und das auch, wenn es sein muss, relativ rasch. Also wenn bei mir an der Front des Hauses Leute eindringen wollen, dann habe ich nicht nur eine Möglichkeit, irgendwo wieder aus dem Haus herauszukommen. Also Leute, die nur eine Eingangstür haben, jetzt speziell bei Wohnungen, haben da vielleicht mehr Probleme als ich. Also ich kann definitiv auf mehreren Seiten meines Hauses flüchten und ich habe auch den Vorteil, dass mein Haus nicht von allen Seiten gleich zugänglich ist. Also ich kann ziemlich gut abschätzen, wo Eindringe bei mir versuchen würden, einzudringen. Daher habe ich auch im Gedanken schon eine Idee, wo ich flüchten würde, wenn es tatsächlich so weit kommt. Meine Möglichkeiten zum Schutz meines Hauses vor oder während einer Krise sind sehr grundsätzlich und eingeschränkt. Das werdet ihr spätestens nach dem heutigen Video wissen. Was ich euch heute erzählt habe, ist aber mit Sicherheit nicht der letzte Weisheit Schluss und ich denke immer noch über neue Möglichkeiten nach und werde auch in diese Richtung noch weiter recherchieren. Ein Beispiel, das ich nennen könnte, wäre zum Beispiel Alarme, die man an Fenster und Türen anbringen kann. Die sind auch batteriebetrieben und könnten einem auch vor Einbrechern warnen beziehungsweise auch den Einbrecher verscheuchen, in dem ein lautes Geräusch entsteht, wenn er das Fenster mutwillig öffnet. Also das wäre noch eine Möglichkeit, die mir kurzfristig jetzt noch einfällt. Also ich bin mit diesem Thema mit Sicherheit noch nicht fertig, aber vielleicht war die eine oder andere Sache, die ihr heute gehört habt, vielleicht eine Anregung für euch oder etwas, das ihr vielleicht auch probieren möchtet. Und wenn ihr ein Feedback für mich habt oder Ideen, was ich noch umsetzen könnte, dann schreibt mir dazu bitte einen Kommentar. Damit sage ich bereits wieder Danke fürs Zusehen. Mit einem Daumen nach oben und einem Abo würdet ihr meinen Kanal unterstützen und ihr könnt das Video selbstverständlich auch gerne teilen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Euer PrepperFox. 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 Euer PrepperFox.